Guten Abend liebe Leute, es ist Zeit für ein bisschen Info zur Replay Liga, denn heute wurde wieder gecastet mit Aylith, ein Spieltag der 1. Liga, da hat schon ein Spiel jetzt gefehlt mit einem Death Friend, es wird auch wahrscheinlich noch ein weiteres geben, wo ein Death Friend verteilt wird bei der 1. Liga und es fehlt noch ein Spiel von der 1. Liga und darauf warte ich, wenn ich das richtig verstanden habe, spielen die beiden hoffentlich jetzt so in den nächsten 1, 2, 3 Tagen und dann ist da das Ganze vollständig und ich kann es nicht mehr sehen, ich könnte anfangen zu gucken mit wem, also wahrscheinlich mit Aylith, weil das so der im Moment Go-To-Caster für Liga 1 mit mir ist, wann er Zeit hat, dass wir das vielleicht alles am Stück casten können, wenn das irgendwie zusammenpasst und sonst eben das nochmal aufteilen auf zwei Termine oder sowas. Und in Liga 2 gibt es ein deutlich größeres Problem, denn da fehlt der komplette letzte Spieltag und das ist schon ganz schön krass, dass wirklich acht Leute, beziehungsweise vier mal zwei Leute, je nachdem, ich weiß ja auch nicht, welche Absprachen eventuell zwischen den Spielern da stattgefunden haben und welche vielleicht sich einfach nicht melden. Ein Spieler hat sich jetzt gemeldet und das ist auch vollkommen in Ordnung, der hat gesagt, warum er noch nicht gespielt hat und fein, aber es gibt zum Beispiel auch ein Spiel vom fünften Spieltag, das noch fehlt und da habe ich beide angeschrieben und habe seit über einer Woche nichts von den beiden gehört, denn es ist auch kein Wunder, dass das Spiel vom letzten Spieltag noch fehlt, aber die Deadline war halt am 23.10. und was soll ich machen? Acht Leute disqualifizieren in der zweiten Liga, das ist halt auch, meh, nicht so geil. Wem soll ich Defwinds geben, wenn niemand von beiden Seiten sagt, der andere meldet sich nicht? Ja, auch eine schlechte Möglichkeit, also weiß ich nicht. Spieltag streichen und sagen, Saison ist nach sechs Spieltagen vorbei, geht auch, ist dann aber auch wieder komplette Verschiebung der Gesamtsituation. Also ist ein bisschen blöd, dass ich da jetzt ein bisschen warten muss und hoffen muss, dass sich die Leute auch einfach melden zugegebenermaßen. Besser ist in Liga 3, da sind tatsächlich alle Spiele jetzt da und da kann ich das casten und in Liga 6 ist auch noch ein Spieltag, wo ein Spiel fehlt. Da versuchen die beiden sich abzusprechen und ich hoffe, das klappt noch irgendwie, aber da ist so ein bisschen das Problem, das ist wirklich eines der seltenen Spiele, wo man mal das Problem hat, der eine hat nur dann Zeit, der andere hat nur dann Zeit und dass sich das irgendwie nicht trifft und ich hoffe, dass es noch klappt. Ansonsten muss ich da auch mal schauen, ob ich da sonst einen Call mache oder wie wir das sonst regeln. Ja, und das ist so der Stand der Replay-Liga. Genauso ist das Problem mit Carsten. Ich habe ja erste Liga, Aylith, würde ich auch wahrscheinlich versuchen, das durchzumachen. Ich glaube, das ist dann auch ganz cool, wenn wir die ganze Saison so zusammen gemacht haben. In der zweiten Liga war ja erst Zun, der zweite Mann. Dann ist Serakis eingesprungen, als Zun im Urlaub war. Und jetzt die restlichen drei Spieltage muss ich noch mal gucken. Also Serakis hat wohl auch Bock. Vielleicht tauschen wir das auch so ein bisschen durch. Vielleicht lasse ich die beiden auch mal zusammen casten, wenn sie Bock haben überhaupt. Weiß ich nicht. Oder ja, ich gucke mal, wer von den beiden dann eben jeweils Lust hat. Parubi hat auch auf jeden Fall Bock zu casten. Da habe ich dann überlegt, ob das vielleicht so ein Kandidat ist für die dritte Liga. Denn da kann ich weder Saver fragen, noch Aylith zum Beispiel. Da wäre dann sonst vielleicht auch noch Suna ein Alternativkandidat. Aber ja, Parubi hat auf jeden Fall Bock. Und das war letzte Saison halt sehr... Also ich fand das Carsten letzte Saison mit Parubi sehr, sehr entspannt. Und das passt, glaube ich, ganz gut. Und sechste Liga gucke ich dann mal, wer von den Leuten Zeit hat. Vielleicht ist da ja auch Saver nochmal mit am Start. Wer weiß, wer weiß. Also ich habe so ein bisschen die Qual der Wahl, wenn sie sich das so doof anhören soll. Sobald die Spiele da sind, habe ich die Qual der Wahl. Und dann geht es eben mit Terminabstimmung. Aber deswegen ist der Streamplan auch noch so leer. Weil ich kann noch gar nicht so richtig sagen, wann kann ich was casten. Weil ich weiß nicht, welche Spiele wann fertig sind. Das Einzige, was ich halt jetzt planen könnte, ist dritte Liga. Und ich könnte, wie gesagt, Spieltag 5 und 6 von der zweiten tauschen. Und den Rest muss ich dann aber einfach abwarten. Das ist halt so ein bisschen, wo ich drauf angewiesen bin, dass da was passiert. So, das ist der Stand zur Replay-Liga. Deswegen gibt es morgen ein bisschen Leather. Es gibt wahrscheinlich auch Mittwoch ein bisschen Leather. Da muss ich nochmal gucken. Vielleicht gibt es Mittwochabend. Je nachdem, ob eBattle komplett gestreamt wird oder nicht. Gibt es da auch noch ein bisschen Replay-Liga. Aber auf jeden Fall Mittwoch-Nahmittag habe ich noch einen Call. Dementsprechend werde ich da nicht nachmittags was ansetzen. Wenn, dann später Nachmittag und dann Abend irgendwie oder sowas. Am Donnerstag ist bei mir noch alles offen. Da kann auch alles passieren. Da könnte gut passieren, dass da auch noch ein Cast reinkommt. Am Freitag genauso und am Samstag, ja, Mittag könnte auch noch was reinkommen. Abends muss ich pfeifen. Und Sonntag ist, glaube ich, sehr schlecht, weil ich da mitten am Tag irgendwo pfeifen muss. Da kann ich weder vorher noch hinterher irgendwas machen. Das ist Quatsch. Also, das ist so der Stand für die Woche. Der Streamplan wird sich so nach und nach ein bisschen füllen. Ich habe jetzt für morgen schon mal leider einen getragen. Den Rest, der kommt dann, sobald ich es weiß. Und dann würde ich sagen, habe ich genug jetzt gelabert. Und wünsche euch noch einen schönen Abend und eine gute Nacht irgendwann. Kommt gut in den Dienstag und haut rein. Kommt gut in den Dienstag und rein. Bis zum nächsten Mal.